Einfach darüber sprechen, nachfragen, um einfach so Missverständnisse gar nicht aufkommen zu lassen. Erfragen, also ich frage die Leute halt auch gerne oder wenn es bestimmte Situationen ergeben, dass sie halt sagt, wir machen das so, wie macht ihr das? Oder bei bestimmten Festen halt, wie feiert ihr das? Oder eben, dass man einfach miteinander spricht oder dass jeder halt erklärt, wie er das sieht und was er denn gerne hätte.